Tommy Wiseau gilt als einer der größten Legenden der B-Movie-Geschichte, aber er war nicht nur in The Room. Einer seiner anderen Projekte war unter anderem Carbots, ein Kurzfilm und gleichzeitig eine Parodie an die Transformers-Filme. Wir gucken mal kurz rein. Okay, seine Englischkenntnisse sind immer noch schlecht, aber ums Positiv so sehen. Er würde nicht den gleichen Fehler machen, den Bill Clinton gemacht hat. Ich bin Rumblebug. Ich werde dir helfen. Opa!